H.T., was machst du hier? Ich bringe euch Geschenke. Und, wo sind sie? Draußen. Wo ist jetzt unser Geschenk? Tada! Ich seh nix. Hört, hört genau. Du hast uns eine Eule geschenkt? Hört, hört genau. Ja, aber ich hör nix, es ist still. Genau, es ist still. Gesundheit. Danke. Es ist so still, weil wir letztes Jahr mehr Polizisten eingestellt und besser ausgerüstet haben, die sichern heute unsere Straßen und Plätze. Und wir haben ein schärferes Fremdenrecht, wir schützen unsere Grenzen, haben die illegale Migration gestoppt und straffällige und rechtskräftig abgelehnte Asylwerber werden endlich konsequent abgeschoben. Und wir haben den verhängnisvollen EU-Migrationspakt für Österreich verhindert. Deshalb ist es so still. Und was ist mit unserer Eule? Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020